Vor und auf, vor und auf, vor und auf, denn unsere Schau, die nimmt jetzt ihren Lauf. Es geht los, es geht los, es geht los, das Programm ist ganz verlos. Einmal saß die Großmutter vom Kasperl auf der Bank vor ihrem Häuschen und malte Kaffee. Die Kaffeemühle war ein Geburtstagsgeschenk von Kasperl und seinem Freund Seppel. Wenn man daran kurbelte, spielte sie eine schöne Melodie. Das Lieblingslied aller Großmütter. Her mit dem Ding da! Vor der Großmutter stand ein fremder Mann mit struppigem schwarzen Bart und einer schrecklichen Hakennase im Gesicht. Der Räuber hat seinen Platz. Morgen war Sonntag und sonntags gab es bei der Großmutter immer Zwetschgenkuchen mit Schlagumas. Wir zwei, sagte Kasperl, der Seppel und ich. Machst du mit, Seppel? Klar, antwortete Seppel. Wir fangen den Räuber Hotzenplatz. Tief im Wald, der Haus der Räuber Hotzenplatz Tief im Wald, in seinen Räubernest Alles nimmt der freche Räuber Hotzenplatz Alles was mich lieb und nagelfest Musik »Hände hoch, oder ich schieße!« Natürlich nahmen Kasperl und Seppl sofort Reißaus und rannten, so schnell sie ihre Beine trugen, davon. »Oh, einen Diener«, freute sich der Zauberer, »kannst du Kartoffeln schälen?« Denn obwohl er ein Zauberer war, der Trick mit dem Kartoffelschälen gelang ihm einfach nicht. Musik 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 Petrusilius Zwackelmann stürzte herein, Käsebleich und atemlos. Als er die Fee sah, fiel ihm vor Schreck der Zauberstab aus der Hand. Musik Musik Ich komme mir vor, wie wenn ich Geburtstag hätte und Weihnachten wäre außerdem, strahlte die Großmutter. Kasperl und Seppel aber aßen Zwetschgenkuchen mit Schlagobers, bis sie Bauchweh hatten. Musik Und dann erzählten sie der Großmutter alles von ihrem großen Abenteuer. Musik 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 Musik